Hallo YouTube, was ist eigentlich los in Kreis? Man könnte mal nicht viel, aber wenn man genau hinguckt, sieht man doch so einiges. Mein Name ist Stefan Schmidt und mit diesem Video möchte ich von einem schönen Abend in der Kirche der St. Michaelis Gemeinde in Kreis berichten. Pfarrer Karpel lud die ukrainische Gruppe Beriska ein und die hören wir uns jetzt einfach mal an. Musik 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 So viel Zeit. Das ist der Klanggewalt von Meriska in der Kirche der St. Michaelis Gemeinde in Kreis.